Hallo Schweiz, wann bin ich eigentlich tot? Ich kann keinen Puls mehr fühlen. Ich möchte heute über meinen Tod nachdenken. Du bist für mich gestorben! Weil ich habe erst vor kurzem bei meinem Praktikum im Spital geschnallt, hey, ich kann auf unterschiedliche Arten tot sein. Congratulations, you're a dead man. Ja, stell dir vor, wenn ich tot bin und wir wollen die Leber rausnehmen, dann geben sie mir zuerst eine Vollnarkose. Hä? What? Ja, muss ich beim Pullen das nächste Mal schauen, ob es noch Puls hat. Was man von aussen erkennt, ist, dass das Herz aufhört zu schlagen, zum Beispiel. Viele denken, dann ist die Person tot. Das ist aber nicht der Fall. What? Wir müssen heute über meinen Tod reden. Weil es geht darum, wer mal meine Organe hat. Am 15. Mai stimmen wir ab über das Transplantalation... Transplantat... Transplantation... Palat... Ach... In dem Moment, wo ich natürlich von zu Hause auf Zürich bin, habe ich gewusst, dass... Für mich ist sie... Ich bin jetzt fröhlich und freue mich und habe so viel Glück. Und für jemand anderes ist sie jetzt im Moment, liegt gerade jemand im Sterben. Wenn ich tot bin, dann nehmen sie mir meine Leber also erst raus, nachdem sie mich narkotisiert haben. Und zwar mit dem Peter Schloderteig. Also meine Analyse... Ähm... Klingt... Ungefähr wie folgt... Äh... 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 By the way, danke Filmo für die Unterstützung für dieses Erklärvideo via Twint. 78 227 55 222. Voll Narkose darum, weil meine Organe können es nicht rausnehmen, wenn ich schon voll tot bin. Nur, wenn ich tot bin. Mano, sogar wenn man tot ist, macht es noch weh. Nein, wenn ich tot bin, macht mir nichts mehr weh. Aber Sterben ist ein Prozess. Wenn mein Hirn off ist, dann funktioniert mein Rückenmark noch ein bisschen weiter. Heisst, wenn mir jemand aufs Knie drauf tätscht, dann gink ich noch mal. Au! Das ist der Batellarsehnenreflex. Darum schaltet mir bei einer OP mein Rückenmark mit einer Narkose auch off. So gibt es keinen Stress für meine Organe und meinen Körper. Und ich haue auch nicht raus wie einen Arzt. Ja, wir wissen im Allgemeinen viel zu wenig über den Tod. Etwa so wenig wie über Roger Federer seine politische Einstellung. Sorry. Das, was viele von uns im Alltag mit Tod sein meinen, ist, das Herz schlägt nicht mehr. Man ist herztod. Aber unser Herz, wie sage ich das jetzt richtig, ist jetzt nicht ultimativ zentral für unser Leben. Ja, weil man kann ja das Herz auch auswechseln oder man kann es plantieren. Also ohne das Herz könnte man leben. Und die Wissenschaft zeigt das auch. Ja, ohne Herz kann man leben. Das zeigt nicht nur die Wissenschaft. Wir möchten zurzeit keine Asylbewerbe aufnehmen. Wenn mein Herz also nicht mehr schlägt, bin ich eigentlich noch nicht tot. Laut Schweizer Recht bin ich erst tot, wenn mein Hirn mit dem Hirnstamm komplett ausgefallen ist. Weil im Hirn, das sind meine Gedanken, meine Gefühle, da liegt meine Persönlichkeit. Ohne mein Hirn bin ich nicht mehr mich selber. Fun Fact. Der Hirntod gilt bei uns erst seit 2007. Sprich, ob Martin Schenkel im 2003 wirklich gestorben ist oder als Gerhard Fischter weiterlebt. Das könnte man vor Gericht noch anfechten. Bevor wir mir ein Organ rausnehmen dürfen, müssen zwei Ärztinnen oder Ärzte, die nicht an der Transplantation beteiligt sind, in einer vorgeschriebenen Untersuchung unabhängig voneinander sagen können. Der Micho ist tot. Der Micho ist tot. Um herauszufinden, ob ich tot bin, gibt es standardisierte Tests. Wie, sie kürzeln mich. Nein, hast du es wirklich geglaubt? Sie erzählen mir einen Witz. Die sieben Bundesräte sind entführt worden. Forderung 1 Million Franken. Wenn die Forderung nicht erfüllt wird, wird alle Stunden einer freigelassen. Wer nach einem Witz von Peach nicht lacht, ist definitiv tot. Um alle Zweifel auszuschliessen, machen es im Spital häufig ein Computertomogramm von meinem Hirn. Um zu checken, dass in meinem Hirn kein Blut mehr fliesst und ich wirklich komplett, definitiv vollkommen weg bin mit meinem Hirn. Ich sage dir, man ist nie sicherer über die Prüfung tot, als wenn man zur Organspende geht. Wenn ich hirntot bin, kann man meinen Körper maschinell beatmen und gestützt von Medikamenten mein Herz weiterhin mit Blut versorgen. Mein Herz schlägt darum weiter, obwohl ich eigentlich tot bin. Weisst du, wie ich meine? Man, sogar tot zu sein ist extrem kompliziert. Meine Organe müssen bis zu einer Transplantation künstlich mit Blut und Sauerstoff versorgen. Heisst, mein Körper ist warm, weil ich schliesslich frisch liefere. Aus der Region für die Region. Ein Versprechen von ihrem Michi. Eine Milzpässe. Darum funktioniert Organspenden nur, wenn ich auf einer Intensivstation stirbe. Wobei, ich stirbe ziemlich sicher bei Hause. Vor dem Kühlschrank. Weil ich glaube, dass ich den Joghurt, das seit drei Wochen drin steht, noch essen kann. Jetzt. Bei wem darf man in der Schweiz nach dem Hirntod die Organe rausnehmen? Bis jetzt gilt bei uns die erweiterte Zustimmungslösung. Das heisst, meine Organe sind nur zum Transplantieren freigegeben, wenn ich als lebendige Michi explizit Ja dazu gesagt habe. Mich also eintragen habe in ein Spenderregister. Mir einen Spenderausweis handeln lassen. Wenn mein Wille nicht bekannt ist, dann braucht es ein explizites Ja von meinen Angehörigen. Was dann in meinem Sinne entscheidet. Das Problem bis jetzt war, woher wissen meine Angehörigen, wie ich entschieden habe? Und ob er wirklich richtig steht, seht ihr, wenn er das Licht angeht. Jetzt kommt darum ein neuer Vorschlag vom Bundesrat und dem Parlament. Wie wäre es, wenn alle, die irgendwann mal sterben wollen, ohne ein explizites Nein, automatisch würden zu Organspenderinnen und Organspender werden? Der Bundesrat und das Parlament schlagen mit dem neuen Transplantationsgesetz vor die erweiterte Widerspruchsösung. By the way, ich finde es echt schwierig, dass weniger als die Hälfte von uns abstimmen. Viele sagen, es sei zu mühsam, sich zu informieren. Darum mache ich von jeder Abstimmung zu jeder Vorlage ein Video, wo ich versuche, alle Fakten zusammenzufassen. Weil ich finde, wenn wir eine stabile Demokratie haben wollen, dann müssen wir alle mitmachen. Wenn etwas zu einer Abstimmung gepostet ist, dann braucht doch den Hashtag «Ich stimme». Und wenn du die Arbeit für dieses Video gerne unterstützen möchtest, danke für deinen Beitrag über Twint. Also, der Bundesrat und das Parlament schlagen neu vor die erweiterte Widerspruchslösung. Das heisst, meine Organe dürfen gespendet werden, ausser ich habe als lebendige Michi explizit Nein dazu gesagt und habe mich mit meinem Nein in ein Register eintragen lassen. Mit dem neuen Gesetz gilt also keine Äusserung abgeben, heisst Ja. Schweigen wird neu also mit Ja gleichgesetzt, denn das Neue auch bei Heuroten angetragen. Willst du mich heiraten? Also, ähm... Yes! Wir sind für immer zusammen! What? Es gibt eine Art Notbremse bei diesem neuen Gesetz. Wenn ich tot bin, dann fragen es zusätzlich noch meine Angehörigen. Im Register ist kein Neue vom Herrn Relsner eingetragen. Wir gehen davon aus, dass er seine Organe spenden will. Oder hat er irgendwann mal etwas anderes gesagt? Dann könnten meine Angehörigen intervenieren. Offen bleibt bei dieser neuen Regel natürlich, wem gehören meine Organe, wenn sie einfach abgehen. Wie zum Beispiel meine Ohren beim Konzert von Ihnen. Bis jetzt hat also gelten, wenn ich meine Organe spenden will, dann muss ich mich melden. Neu soll gelten, wenn ich nicht meine Organe spenden will, dann muss ich mich melden. Warum soll es die neue Regel geben? Momentan wartet in der Schweiz etwa 1500 Menschen auf ein Spenderorgan. Ignacio Cassis wartet zum Beispiel sinnlichst auf ein Rückgrat. Aus Neutralitätsgründen hat die Schweiz die damalige Sanktionen der EU gegenüber Russland hingegen nicht direkt übernommen. Ignacio, ich glaube du musst noch lange darauf warten. Pro Woche sterben 1-2 Menschen, weil es für sie kein Spenderorgan gibt. Seit Jahren werden bei uns immer etwa gleich wenig Organe gespendet. Obwohl unsere Bevölkerung die ganze Zeit wächst. Und obwohl wir uns seit Jahren vom Kuno Launer Organspende-Propaganda anhören. 80% von uns finden Organspende eine gute Sache. Aber nur 16% haben einen Spenderausweis. Ich bin auch einer von denen, der bis jetzt gekommen ist. Ich schaue zwar viele Tote an bei Squid Game. Aber mich mit dem eigenen Tod beschäftigen, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Nein, wirklich nicht. Aber ich habe gemerkt, mit meinem Tod beschäftigen, das ist fun. Weil ich kann hirntot sein, aber mein Körper funktioniert noch weiter. Ja, wenn ich mit 12 Jahren beim Skaten nach einem Switch Nolly 360 Dragonflip dumm umgekehrt wäre, nachher hirntot gewesen wäre und sie mich künstlich beatmet hätten, dann wäre ich gleich in die Pubertät gekommen. Wow, hirntote Kinder kommen in die Pubertät. Hey, was TikTok alles kann anrichten. By the way, abonniere mich auf TikTok. Wobei, so einer soll ein Skater sein. Never. Aber hey, ich hätte nach meinem Tod meinen ersten Samenergoss haben können. Oder, anderes Beispiel. Wenn eine schwangere Frau hirntot wird, dann wächst das Baby in ihrem Bauchenfall weiter. Sie kann Mami werden. Oh my god, wenn man tot ist, kann man noch so viel machen. Stell dir vor, du wirst erst kurz vor deinem Tod schwanger. Dann musst du nie auf Weichkässe und Bündchenfleisch verzichten. Und du musst in keinen einzigen Geburtsvorbereitungskurs. Ist dir eine postmortale Schwangerschafts-Joke zu weit gegangen? Wir haben ein Problem. Wir reden zu wenig über unseren Tod. Und was der Name ist. Was der Name soll sein oder könnte sein. Darum, red drüber. Red mit deinen Angehörigen über das Abschiednehmen. Weil, wenn ich meine Organe spende, dann können meine Angehörige nicht so lange dabei sein, bis mein Herz nicht mehr schlägt. Sie wollen mich nach meinem Hirntod zur OP lassen. Man kann als Angehörige den klassischen Filmtodabschied also nicht erleben. Das kann man schwierig finden. Oder man kann es für alle einfacher machen und über den Abschied reden, solange man noch lebt. Momentan ist es häufiger so. Gerade nachdem man erfährt, dass jemand, der einem nahe und lieb ist, auf der Intensivstation gestorben ist. Dann fragen sie im Spital, sollen die Leber vom Mendo gespendet werden? Machen sie nicht! Okay, das müsst ihr selbst wissen. Viele sind in dieser Situation überfordert. Mit der neuen Regelung kann man im Register des Bundes nachschauen. Da würden die Angehörigen beim Entscheiden entlastet. So zentrale Register gibt es schon in fast allen europäischen Ländern. Wie z.B. in Italien, Frankreich, Österreich, Norwegen, Schweden, Finnland, Griechenland, Kroatien, Türkei, Estland usw. Das Resultat davon, die 5 europäischen Länder mit den meisten Organspenderinnen und Organspender pro Einwohnerin oder Einwohner, die haben alle die Widerspruchslösung. Es könnte also mehr Leben gerettet werden. Es wird ein Druck auf die Menschen ausgeübt. Sie sollen aber frei entscheiden können über ihre eigenen Organe. Okay, wenn man will, kann man es auch sozialen Druck sehen. Ich möchte auch, dass ihr von mir denkt, dass ich ein okayer Mensch, ein guter Mensch bin. Aber wenn du nicht deine Organe spenden möchtest, dann ist das voll okay. Du bist wegen dem auch nicht ein schlechter Mensch. Vielleicht ein bisschen. Nein, wirklich nicht. Das ist deine persönliche Entscheidung. Ich habe dann auch erst seit diesem Jahr einen Organspendeausweis. Das muss eine Spende bleiben. Man wird eigentlich einfach dazu verknurrt, dass man ein Lager wird für Körperteile, das man nachher nicht weitergeben muss. Bürger und Bürgerinnen dürfen nicht zu einem Ersatzteillager werden. Verena, du bezeichnest mich als Ersatzteillager. Suchst du meine Leber in meinem Lager? Kannst du dir sicher merken, sie ist ganz rechts aussen. Eigentlich sollten diejenigen, die nicht spenden wollen, Ja sagen zu diesem neuen Gesetz. Weil genau mit diesem Register bekommst du die Sicherheit, dass deine Organe garantiert nicht gespendet werden. Ich glaube, dass die Menschen auch unantastbar in den Tod hinein... Unantastbar sein nach dem Tod? Für mich ist die Entscheidung diese. Gibt ich meine Organe nach meinem Hirntod einer nierenkranke früheren Rentnerin oder einem lebererkrankten mit 50ern, damit die Person noch ein paar Jahre weiterleben kann? Oder möchte ich, dass meine Leber und meine Nieren ein Deluxe Premium Menü werden für ein paar Maden? Bürger und Bürgerinnen dürfen nicht zu einem Ersatzteillager werden. Hey Verena, immerhin bin ich ein Ersatzteillager. Ich meine, was mache ich auf dem Planeten? Ich lebe und ich finde so vieles in meinem Leben so unglaublich wichtig. Ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich eine dunkelgrüne Flasche aus Versehen in einen braunen Glaskontainer gerührt habe. Ich hoffe, es hätte niemand gesehen. Aber so im Grossen gesehen. Ich komme, ich lebe ein wenig und bin dann auch wieder weg. Der grösste Teil der Zeit bin ich tot. Wenn ich dich während dieser Zeit mit meinem Clip zum Lachen bringen kann, Palat... Trans... Transpala... Kann mir irgendjemand helfen? Auf dieser Welt, in der so viele crazy Dinge passiert, dann freut mich das. Wenn dir der Clip beim Entscheiden hilft, dann freut mich das. Wenn ich das alles machen kann, während mit meinem Körper ein Herz wächst, das nach meiner letzten Pointe vielleicht weiterschlägt im Körper von... von mir aus, von Andreas Glarner... Dann freut mich das extrem. Oder anders gesagt, das, was ich von anderen erwarte, das möchte ich auch selber machen. Wenn es mir total meiss geht, ich würde ein Spenderorgan annehmen. Und darum ist es für mich klar, dann muss auch ich dazu bereit sein, meine Organe zu spenden. Ich wünsche dir eine gute Entscheidung. By the way, wenn du so Abstimmungsvideos gerne unterstützen möchtest, danke für deinen Beitrag über Twitter. Das ist meine Handynummer dazu. 078 227 55 222. Wie viel auch immer. Ob 22, 55 oder 227 Franken. Also das ist crazy. Wie der Stefan Martin Koch. Danke für deine 227 Franken. Deine Spende ist für die lieben Leute, die mich unterstützen. Beim Recherchieren, beim Filmen, beim Schneiden, beim Animieren, beim Faktenchecken, beim Untertiteln usw. Danke vielmals. Und abonniere doch meinen YouTube-Channel. Oder folge mir auf Instagram, Facebook, Twitter oder TikTok. Danke fürs Teilen dieses Videos. Und brauche den Hashtag. Ich stimme. Und ich sage Tschüss. Bye, bye. 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 Bye, bye.